Hier vorne sehen wir die erste Lok, Deutsche Bahn. Jetzt schon alles zugewachsen, leider sehr viel zerstört schon, gucken ob wir hier noch reinkommen Hier ist der Aufstieg, da klemmten wir mal rein, bereits seit alle Armaturen ausgebaut, einzelne Fächer, hier geht auch die Treppe hoch, für aufs Dach vom Zug zu kommen, gucken wir mal ob es aufgeht, leider nicht, leider sehr viel zerstört, die ganzen Scheiben bereits eingeschlagen, hier gibt es auch nochmal so eine Lücke, hier vorne anderer Führerstand, Bedienststand, leider auch als Defekt. So, da gehen wir mal nochmal aus dem Zug hier raus, hier kommt der nächste. So, hier ist die nächste Lok, auch schon relativ viel zugewachsen, klettern wir mal hier durchs Gebüsch, natürlich hat es geregnet, aber wir kommen rein. So, aha, hier sind noch einige Armaturen vorhanden, zack, Schienenbremse eingelegt, Motor, so, aber auch wieder alles zerstört, hier war das damalige Funkgerät. So, der WC, aha, ich glaube hier ging damals noch alles direkt auf die Schälen. Gehen wir mal weiter, auch hier bereits wieder fast alles zerstört. Bedienung nur durch den Messbeamten. Hier auch nochmal anderer Führerstand, Funkgerät, hier ist bereits alles zerstört. Führerraum 2, Höchstgeschwindigkeit 90 kmh. Weiter geht's. So, die Tür ist verschlossen. So, du musst den Sonnenschutz runter machen. Gut, wir gehen nochmal raus, bis gleich. Hier sieht man mal einmal die Lok nochmal von außen. Und auch schon die Sprayer unterwegs. Nicht abstoßen, nicht ablaufen lassen. So, wir gucken mal einmal von außen. Hier sieht man mal das Federsystem. Hier ist eine Schienenbremse eingelegt. Der sieht ausgebrannt aus, oder? Wie ich vermutet habe, in dem Waggon hat es gebrannt als schwarz. Hier betrete man nicht mehr. So, hier geht's weiter. Hier ist einmal der ausgebrannte Waggon, auch von vorne. Hier ist der nächste Zug. Gucken wir uns jetzt von vorne an. Dann steigen wir mal hier hoch. Aha. Auch wieder die ganzen Armaturen. Funken. Funkgerät. 120 kmh maximal. So, dann gehen wir mal hier weiter durch. Aha. Der gleiche Zug wie eben. Hier. Nur ein bisschen besseren Zustand. Hier sieht man einmal auf die Schienen. Aussteigen. Der Zug von vorne, hier ist auch ein Güterwagon. Der Zug von vorne, hier ist auch ein Güterwagon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017